So, wir sind wieder da! Legacy of the Void ist angesagt. Ein ZVP. Wir sind direkt aus den Placement-Matches raus. Ich habe auch das ein oder andere Match schon gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Und der aufmerksame Beobachter hat gemerkt, die Diamant-Platzierung ist schon da. Das ging recht zackig. Also ich glaube, das hat zwei, drei Matches gekostet und da war sie schon. So, entsprechend haben wir schon knackigere Gegner bekommen. So, kurz die Build-Order nicht verpfuschen. Die Build-Order ist übrigens original bei mir. Ich hatte irgendwie keine große Lust, mir Build-Orders anzugucken. Deswegen habe ich gesagt, ach, entwickle ich meine eigene, dann haben die Gegner keine Ahnung, was ich treibe. Das ist ja ein diabolischer Plan, meint ihr nicht? So, gegen Protoss, puh, da kriege ich meistens von den Adepten ein bisschen ins Gesicht. Das finde ich immer relativ unerotisch. Aber, well, naja. So. Okay. So. Ich hätte nicht zwei Drohnen bauen sollen. Hm, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay. So. So. Kurz. Ah, ich hasse es, wenn die Drohnen hier amok laufen und sich völlig in der Gegend rum verirren. So. Hier darüber, Scouting Ovi scoutet. Saturation ist voll. So weit, so gut. Eine Drohne noch hier rüber. Und du ins Gas. Dann haben wir ein bisschen Gas zur Verfügung. Das ist super wichtig, weil wir nicht gegen Adept sterben wollen. Hab ich, glaube ich, schon mal erwähnt. So, Ovi da drüber. Wisst ihr was? Mit dem Overlord, den machen wir anders. Den schicken wir hier runter und dann hier hin. So. Okay. So weit alles gut. Dann holen wir uns noch eine Drohne für die dritte. Okay. Queen, Drone. Alles easy. Wir werden auch gleich die SD... SDVs schon. Die Drohnen hier aus dem Gas rausziehen, weil wir nur Speed wollen. So. Ah. Komm schon. So. Aha. Forge Expand. Sehr gut. Forge Expand. Da rieche ich doch glatt. Erthos. Hab ich in letzter Zeit irgendwie öfter gesehen. Erthos. Und... Da bin ich die Kenwasht werden. Können wir uns ja austoben. So. Noch eine Queen. Hab ich die Musik ausgemacht? Option. Ähm... Sound. Musik. Akzeptieren. So. So. Komm, komm, komm. Ähm... Hm-hm. Puscht da mal rein. Wir wollen mal ein bisschen scouten mit dem Obi. Wir brauchen noch mehr Uvalords. Komm, komm, komm. So. Das könnte glatt... Das könnte wirklich Dings werden. Erthos wollte ich sagen. Das will ich nicht hoffen, weil direkt so... Die Carrier sind schon ganz schön übel. So. Ja, ja, ja. Mehr Overlords. Mehr Overlords. Ich hab's verstanden. So. 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 Stecken wir wieder ein paar ins Gas. Und pieken wir da mal rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Zerglinge rüberschicken. Aha. Und was sehen wir? Wie wir sehen, sehen wir nichts. Hier Creep. So. 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 Eine Hedge. Okay. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. So. Okay. So weit, so gut. Creep. Kann doch nicht sein, dass der gar nichts in seiner Base hat. Da ist der Core. Okay. Die Queen benutzen wir mal kurz hier für Creepstradden. So. Hydras. Was treibt der da? So. Ein paar Roaches. Overseer. Komm schon. So. Patrouillier da mal ein bisschen. Du gehst da hoch und patrouillierst da. So. Hydras sind so ziemlich gut gegen alles, was zu der Base kommen kann. Hm. Okay. Der Cybernetics Core forscht immer noch. Das heißt, es kann gut Luft werden. What? What? Queens. 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 Assemble. Das heißt, es wird drei, vier. Gut. Hier. 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 Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Okay. Drohnen sind verstaut. Overlords. Wir brauchen ganz schnell Supply für mehr Hydras. Okay. Hier haben wir uns zugedeckt. Stopp. Oh, da sind schon die Voidways. Er ist also nach hinten geflogen mit den Voids. So. Mehr Hydras. So. Zircling Speed. Oh, habe ich schon. Sehr gut. So. Infestor Pit. Lurker Dent. So. Mehr Hydras. Dann nehmen wir ein paar Arbeiter aus der Main. Sag ich doch, dass das Ertoss wird. So. So. Dann schalten wir den Rotz hier gleich mal aus. Dann soll er sich das Targets gefälligst neu bauen. So. 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 Okay. Zurück. Hive. Hey. Hive. Geht auch. Borrow. Ovispeed. Carapace Upgrade. So. Melee Upgrade. Bisschen Creep Spreaden. Okay. Er ist offensichtlich nach unten expandiert. Dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. So. Hier gehen uns die Mineralien Patches aus. Dann können wir ein bisschen Arbeiter darunter schicken. So. Okay. 160 Supply. Okay. Upgrades sehen gut aus. Okay. So. So. Noch ein paar Zirclinge nachpumpen. Das Reinforcements sind Zircling immer super. Aha. Mars Cannons. Interessant. Ich teste diese Drecks-Detonatokreise-Teile. Wow Das hat weh getan Okay, mehr Goaches Die sind teuer, die Kreisenteile So, Hydras, Rückzug Bauen wir noch ein paar Hydras Rückzug, Du, Borrow Du, Borrow Attack Upgrade Armor Upgrade, Melee Upgrade Die Zircling Stimpack Upgrades Alright, noch ein paar Hydras nachpumpen Nichts Hydras nachpumpen, wir haben nicht genug Ovis So, dann pumpen wir Ovis, auch recht So Wie sieht's hier aus? Einmal den Dicken Bruder Dent So Hydras Quatsch Hydras bitte nach hinten Dankeschön Der Morph in Mothership Ich glaube ich hängt Mothership Yes Ertos Bis zum nächsten Mal, viel Spaß noch! Guter Dic Bett Dicett Dicett Dicett